Was die große Überraschung ist, es wurde ja vorher diskutiert, man findet nicht die geeigneten Frauen für den Aufsichtsrat in den 108 börsennotierten Unternehmen, wo die klare Quote ist. Das heißt, 30 Prozent müssen erreicht werden. Wenn die noch nicht erreicht sind und man keine Frau für den Aufsichtsratsposten findet, dann bleibt der Sessel leer. Also die Erfahrung ist, es ist kein einziger Sessel leer geblieben. Das heißt, man hat immer eine qualifizierte Frau gefunden. Das ist eigentlich eine positive Erfahrung und man ist nah an den 30 Prozent in diesen 108 börsennotierten Unternehmen. Wenn die Quote ohnehin Wirkung zeigt, warum ist es dann weiterhin notwendig, Frauen externe Unterstützung auf dem Weg in den Aufsichtsrat anzubieten? Da, wo die flexible Geschlechterquote gilt, nämlich in den anderen Unternehmen, da sind die Unternehmen nur aufgefordert, eben zu sagen, wie viele Frauen sie aktuell haben in Aufsichtsratenvorständen und in den ersten Führungsebenen und wie viel sie in den nächsten anderthalb oder zwei Jahren gedenken, was ihr Plan, was ihr Ziel ist. Sie müssen also eine Zielvorgabe machen. Und es sind doch eine Menge von Unternehmen, die kein Problem damit haben, zu sagen, wir haben null Frauen. Unser Ziel ist, diese Zahl zu halten. Man sieht, es geht mit Druck. Es geht leider, leider noch nicht mit Einsicht. Weil es geht ja nicht nur darum, um die Geschlechterquote zu erreichen, sondern es geht einfach darum, dass die Arbeit in einem Aufsichtsrat eine bessere, eine qualifiziertere ist, mit unterschiedlichen Kompetenzen und unterschiedlichen Erfahrungen. Und das ist ja das eigentliche Ziel dahinter. Das scheint mir wird noch nicht von allen verstanden. In diesem Kontext, was sind die zentralen Inhalte Ihres Seminars? Ein ganz wichtiger Faktor auf dem Weg in den Aufsichtsrat ist das Thema Netzwerken. Jetzt ist dieses Thema Netzwerken doch für viele Frauen auch sehr abstrakt. Und für sich beruflich die Netzwerke zu nutzen, um sie eben in eine andere Position zu bringen, ist für Frauen etwas schwierig. Und das werden wir in dem Seminar auch individuell behandeln. Was kann ich tun? Was ist denn mein Netzwerk? Wo sind denn Förderer aus meiner beruflichen Vita? Mit wem kann ich mich vernetzen? Es geht um Netzwerken, um sichtbar werden und was da die individuellen Schritte sind. Das werden wir gemeinsam erarbeiten.